Hallo, ich bin der Clemens und das ist der Hauptlandeplatz vom Brauneck bei Lenggries im Isartal. Hier Richtung Westen, da sieht man das Brauneck. Die Startplätze sind allerdings nicht direkt zu sehen, das heißt auch der Landeplatz vom Startplatz von den Startplätzen nicht direkt einsichtig, aber wir befinden uns hier unweit südlich. Der Liftstation lässt sich dann gut identifizieren aus der Luft. Es ist wirklich eine wunderschöne riesengroße Wiese, die auch bei Nullwind super schön anzufliegen ist. Wir befinden uns hier im Isartal, das verläuft von Nord nach Süd, hier die Blickrichtung nach Süd. Da kommt in den Morgenstunden der Bergwind daher. Nachmittags an thermischen Tagen stellt sich hier ein Talwind ein, der hier von Norden herein strömt. Ja und dann kann der Landeplatz auch seine Tücken oder ich sage mal seine Herausforderungen entfalten. Dann ja, ist es in der Regel noch gut anzufliegen, aber man sollte ein bisschen Routine haben und ein paar Sachen berücksichtigen. Dieser schöne große Windtag hier ist ja gut und schön, aber wenn der Talwind an ist, dann zeigt er oft zu wenig oder manchmal sogar leichten Rückenwind an. Besser ist es hier auf diesem Baum den Windtag anzusehen. Momentan ist er ein bisschen zerfleddert, aber ja ohnehin ganz generell gilt am Ausweichlandeplatz. Der befindet sich ein paar hundert Meter weiter Richtung Norden. Da ist ein riesengroßer Windtag, den man dann auch anschauen kann, um hier den Wind gut einzuschätzen. Ja, es kann ein bisschen turbulent sein hier. Es spielt hier vor allem auch, kann ein Phänomen auftreten, das man Windgradienten nennt. Und das möchte ich hier kurz erklären. Ein Gradient ist ja allgemein die Veränderung einer Größe über eine Zeitdauer oder eine Länge oder eine andere Dimension. Und beim Windgradienten, damit meint man die Veränderung des Windes über die Höhe und zwar eine deutliche Veränderung. Das kann hier sein, dass oben drüber, ich sage mal in 20, 30 Meter Höhe hier um die 20 km wind herrschen und tiefer unten dann plötzlich quasi gar kein Wind mehr. Das bedeutet, wenn man im stärkeren Wind schon stark angebremst ist und dann kommt man in den Bereich, wo wenig Wind ist, dann ist plötzlich die resultierende Windgeschwindigkeit am Flügel minimal. Das heißt, da riskiert man einen Strömungsabriss. Auf gut Deutsch, wenn man hier anfliegt, dann sollte man darauf achten, dass man nicht zu viel Bremse verwendet, um eine gewisse Geschwindigkeitsreserve zu haben. Und wenn man da ein bisschen durchsackt, auch den Schirm entsprechend anfahren lassen. Ja, nachmittags landen doch einige noch hier. Es geht. Und der Vorteil ist, dass man ein bisschen näher an der Liftstation ist. Hier in diese Richtung führt ein kleiner Fußweg durch die Bäume. Aber die meisten landen dann doch am Ausweichlandeplatz. Der ist wesentlich freier angeströmt. Wenn man hier landet bei stärkerem Talwind von Norden, dann noch ein kleiner Tipp. Lieber ein bisschen weiter Richtung Talmitte am Landeplatz einlanden. Da sind die Bäume nicht so hoch. Da kommt auch der Wind dann besser herein auf die Wiese. Und noch etwas. Hier südlich vom Landeplatz befindet sich eine Kante, die am Nachmittag, wenn der Nordwind, wenn der Talwind hier ansteht, wunderbar zum stundenlangen Sohren geeignet ist. Deswegen wird dieses Gebiet auch Klein-Lanzarote genannt. Es gibt allerdings gewisse Schutzzeiten für Uhu-Brut zu beachten. Das ist normalerweise vom 01.01. bis 31.07. Also erst ab August kann man dann hier wieder wunderbar Sohren. Bis dahin. Bis dahin. Über was – wiederein. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.